Untertitelung des ZDF, 2020 Link, was ist hier passiert? Man muss Ihnen immer verzeihen, egal was Sie tun. Aber man darf nie die Kontrolle verlieren. Ist es in Ordnung? Er hat Dennis umgebracht. Link, hör sofort auf zu schieben! Kim, mach sofort die Tür auf! Wir werden ihn überlassen. Wie denn? Jane! Link, der Butler. Jetzt ist der Mensch in seiner Gewalt.